Jumpshot! So, und jetzt mach die scheiß Tür auf! Und jetzt schieß nicht mit dem Bogen rum! Danke! Und hör auf mit den Fallen! Alter, bitte, Marvin! Mach die Tür auf! Echt, ey! Boah, wie ich schon wieder rasten! Alter, ich hörst die Falle im Kopf! Du hast die Falle im Kopf! Hörst du doch auf, Silvi! Ja, das seh ich ja nicht! Marvin! Hör auf! Alter! Hör doch auf jetzt! Kann man irgendjemanden killen? Ja, Marvin kannst du killen! Oh, ich bin schon da! Das ist schön für dich! Geht das? Oh, nice! Der hat mich selber umgebracht! Oh, leul, ich hab mich selbst umgebracht! Ey, leul, ich hab das schon geschafft, ey! Hä? Wieso hab ich mich selbst umgebracht? Ich hab doch Kill-iPod-Touch-Dingens da eingegeben! Schieß! Oh, fuck! Verdammt! Versteh ich nicht! Wieso geht das nicht? Okay, äh, warte! Teleportier dich zu mir! Ja, tp! Okay! Ähm, äh, bei meiner Ansatz nur zu gucken! Oh, deine Mama kann nicht gefunden werden! Äh, warte mal nochmal! Oh, Junge, mach die scheiß Musik aus, Marvin! So geil! Da ist der Justin Bieber-Fast-Obser! Ne! Alles klar, jetzt legen wir hier richtig los! Ich hab das selber schon geschafft, in der Lettsprung! Bin nicht gepackt! War zu schlecht! Ey, du packst ja öfter- No, woah, what the fuck, man! Du packst ja öfters noch nicht! Ey, wie ich da schon wieder den Bogen höre! Schlimm! Ne, du packst gleich die ganze Welt ab, der Penne! Ey, ey, wie geht man, wie geht man mal vernünftig um Ecken? Kann man einfach drüberspringen, oder wie ist das? Ne, einfach rumlaufen! Nein, ach, dann hab ich, dann war ich zu aufgeregt, nein! Mit Schiff gedrückt, oder was? Geil! Ne, einfach ganz mal! Ich glaub, das war mir zumindest immer! Wie geht man um Ecken? Ja! Oh, Fail! Zehn Schub des Levels sowieso nicht, ich kann jetzt gar nicht da bleiben! Leu! Ja, ich, ich, ich war grad auch bei dem letzten Sprung, da bei diesem Eckensprung war ich auch! Und da... Mann! Dreckiges Hurenlevel! Ich war doch eben schon durch! Ne, wir müssen mal in die Ecke springen! Alex, du bist 24 Stunden durch! Alter! Ach, ich geh, fick da Huren so einen Stein! Seht ihr eigentlich die Pfeile da oben, irgendwie? Ja! Ja, okay, Marvin, hast recht! Das geht ganz einfach! ALTER! Hör doch mit den Pfeilen hier auf! Guck mal, da sind überall so rote Dinger da! Weil ich den MC-Patcher nicht habe, oder so! Alter! Ja, installier dir einen! Ja, nur dann, dann schmiert das ganze Game immer ab! Ich weiß auch nicht wieso! ALTER! NEIN! So, ich hab's jetzt übrigens auch geschafft! Alex, hast du's immer noch nicht geschafft, man, bist du schlecht! Ja, du bist einfach schlecht! ALTER! MAKCH DIE MUSIC AS, Marvin! Die ist cool! Die ist cool! Die ist gechillt! Ja, ja! Ja, okay, die ist wirklich geil! Ich ficke dich! Komm, wir gucken mal Alex zu! Schaffe ich's, äh, schaffe ich's, sich selber mit dem Bohr abzuschießen? In die Luft schießen wir, wie der runterkommt's vielleicht? Ah! Hab ich geschafft! Das ist brennig. Sauber. Ich hoffe nicht auf diesen Stein drauf zu springen. Machen wir jetzt schon das Next Level, oder wie? Nein. Wir warten ja auf Alex. Ja toll, mega leck, super. Wie ändert man die Zeit, Marvin? Nein. Wie? Was? Lass es doch dunkel jetzt. Nein. Nein, nein. Nein. Ich hab ihn vergessen. Slash. Time. Ich glaub, Time ist ja auseinander. Oh, jetzt mach's schnell. Jetzt legst du mich genau wieder, wenn ich springe. Es war so klar! Wie bist du auf diesen Block hier gesprungen? Einfach, wie hast du das gemacht? Baby? Hm? Ach, halbz mal. Warte, ich hab ne Idee. Oh, ich hab ne Idee. Ich hab ne böse Idee. Ich habe eine böse Idee. So. Ne, ich hoffe das wäre auch nicht. Also. Ja. oleh. Oh. ... Oh! 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 Warte mal eben. Wir machen hier gerade alle ziemliche Scheiße, habe ich so das Gefühl. Ja, bei uns gibt es jetzt Essen. Achso. Sehr schön. Die Aufnahme ist voll für den Arsch, weil ich das Level nicht schaffe. Okay, machen wir aus. Ich gehe essen und ich weiter mit der Aufnahme vor, wenn ich dieses beschissene Arsch gefickte Level geschafft habe. Damit ihr nicht mit eurem beschissenen Pfeilen da rumschießen müsst, okay? Ja, ist okay. Wir brauchen eine Pfeile. Ja, echt mal, ja. Marvin, ich hab dich auch lieb. Ja. Letzter Versuch, letzter Versuch. Okay, let's try. Wie seid ihr auf diesen vierkigen Block jetzt gekommen, Sibi? Ja. Warte, wann war ich? Ich komm, ich komm, ich komm. Dass du weißt, Alex, du kannst das Level gar nicht schaffen, weil ich gerade aus Versehen ein Ding entfernt habe. Einen Block, warte ich, das sind aber eben wieder dran. Und zwar wäre ich... Was für ein Stein? So einen coolen Stein. Ich will so einen coolen Stein. Entweder das ist Gold oder Glauzauner, aber es müsste Gold sein, glaube ich. So, jetzt kannst du das Level wieder schaffen. Du bist ja hier hingekommen. Doppelsprung und dann da drauf und dann wieder sofort Shift drücken. Ja, du hast es immer nicht drauf. Nein, der springt immer gegen die Wand da nach oben und dann fällt er sofort runter. Warte, pass auf, ich mach das jetzt vor. So. Pass auf, Alex, siehst du? Guck, guck zu. Guck mal, Marvin schafft das. Ich schaff das. Dammt! Ja, toll, ne? Super. Äh, ja, ja, ganz ruhig. Ja, ich bin hinter mir... Marvin, willst du auch Doppelsprung? Ja, klar. Guck mal. So. Ja, sauber, sauber. Und jetzt, und jetzt? Jetzt, ja genau, genau, genau. Und jetzt da auch? Null. Marvin! Oh, nee. Und jetzt doppelt... Ja, sauber. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, dann ich habe jetzt Hunger. Ja, nee, nicht in der nächsten Folge. Es sind ja erst acht Minuten rum. Ja, und? Dann bis irgendwann. Ja, okay, dann... Tschüss. Dann machen wir jetzt hier wirklich einen Schnitt rein. Dann wird dieser Part halt mal ein bisschen kürzer als sonst. Und wir sehen uns dann, ja, im nächsten Part wieder. Okay, guten Rutsch. Guten Rutsch, ciao, ciao.